Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn in diesem Video geht es um Nominalfrasen. Und das Ziel ist, dass du am Ende des Videos Nominalfrasen erkennen kannst. Ja, bevor wir starten, solltest du dir aber schon zwei Videos angesehen haben. Und zwar das Video Was sind Phrasen? Ich habe es hier oben für dich verlinkt und auch nochmal unten in der Infobox. Ansonsten auch noch das Video zur Phrasenstruktur-Grammatik. Ja, du solltest also wissen, dass jede sprachliche Äußerung, also ein geschriebener Text oder eine gesprochene Sprache, das ist damit gemeint, aus Bausteinen zusammengesetzt ist. Den Konstituenten. Eine dieser Konstituenten, die nennt man Nominalfrasen. Und die sehen wir uns jetzt einmal genauer an. Nominalfrasen haben eine ganz wichtige Funktion. Mit ihnen verweist man auf ein Ding oder jemanden oder mehrere Personen oder Dinge, aber auch auf Abstraktes, wie zum Beispiel Frieden, Wissen oder Zufall. Sie haben also eine Verweisfunktion. Ja, wie sind sie aufgebaut? Alle Nominalfrasen enthalten einen Kern, den man Kopf nennt. Und das ist der zentrale Bestandteil, nachdem die gesamte Phrase dann auch benannt wurde. Dem Nomen, darum auch Nominalfrasen. Neben Nomen, Substantiven eben, können aber auch Substantivierungen oder Pronomen, auch hier steckt das Wort Nomen drin, den Kopf einer Nominalfrasen bilden. Dazu aber später noch etwas mehr. Eine sehr, sehr kurze Nominalfrasen wäre das Wort Kinder. In dem Satz, dort spielen Kinder. Klar, es handelt sich um ein Substantiv, also um ein Nomen und kann darum ja auch nur eine Nominalfrasen sein. Andere Beispiele für kurze, aber schon zweigliedrige Nominalfrasen wären Donald Trump, Dr. Müller oder Bundeskanzlerin Merkel. Alles Nominalfrasen. Wenn ein Artikel unbedingt notwendig ist, wie in dem Satz, das Kind spielt dort, das kann nicht weggelassen werden, dann handelt es sich bei dem Teil das Kind um eine Nominalfrasen. Der Artikel das gehört zum Substantiv Kind. Ganz häufig findet man auch andere Wortarten, die zum Substantiv gemacht wurden, sogenannte Substantivierungen. Das Schöne, wie ein Adjektiv substantiviert, oder das Raten, ein substantiviertes Verb. Auch das alles sind Nominalfrasen. Oft werden auch Pronomina zu den Nominalfrasen gezählt, wie zum Beispiel ich, jede oder viele. Besonders wichtig ist, dass Nominalfrasen erweitert werden können. Und das sehen wir uns jetzt einmal genauer an. Besonders häufig wirst du sehen, dass eine Nominalfrasen durch ein Adjektiv erweitert wurde. Ein großes Geschenk. Das Adjektiv groß erweitert die Nominalfrasen das Geschenk und macht daraus eine größere Nominalfrasen. Aber warum handelt es sich denn jetzt nicht um eine Adjektivphrase? Ja, ganz einfach. Das Adjektiv hat in dieser Phrase nichts zu bestimmen. Die Form Großes, die wird nämlich bestimmt durch die grammatischen Eigenschaften von Geschenk. Nominativ oder Akkusativ, weiblich Singular. Das Adjektiv ist dem Geschenk, also untergeordnet. Es richtet sich danach. Somit ist der Kopf, nachdem sich die anderen Wörter in der Phrase richten müssen, ein Substantiv. Also ist es eine Nominalfrasen, auch wenn ein Adjektiv hinzugefügt wird. Wenn man eine Phrase erweitert, führt das also nicht dazu, dass sich die Phrasenkategorie ändert. Es bleibt bei der Nominalfrasen. Sehr häufig sind im Deutschen auch Erweiterungen mit Genitivattributen. Das Geschenk meiner Mutter. Der Kopf ist hierbei immer noch Geschenk, da sich eben die Erweiterung meiner Mutter nach Geschenk richtet. Das Geschenk wird dadurch näher beschrieben. Und jetzt solltest du sehen, dass es sich bei meiner Mutter auch um eine Nominalfrasen handelt. Es ist also eine Nominalfrasen innerhalb einer größeren Nominalfrasen. Ja, und dieses Prinzip des Verschachtelns braucht man sehr, sehr oft, wenn man Phrasenstrukturbäume zeichnet. Sieh da doch nochmal die Struktur, die Polizei verfolgt den Jugendlichen auf dem Elektroroller aus meinem Video Syntaxbäume an. Denn genau dieses Prinzip des Verschachtelns solltest du verstanden haben, um doppeldeutige Strukturen in Sprache analysieren und zerlegen zu können. Neben Adjektiven und Genitivattributen wie meiner Mutter gibt es häufig auch Erweiterungen mit Präpositionen. Sogenannte Präpositionalattribute. Das Boot meiner Eltern auf dem Chiemsee. Das Boot wurde ja zweimal erweitert. Einmal mit dem Genitivattribut, der NP meiner Eltern. Dann noch einmal mit einer NP-Nominalfrasen in Form eines Präpositionalattributs auf dem Chiemsee. Und zuletzt gibt es noch Erweiterungen mit Attributsätzen. Sehr häufig sind hierbei Relativsätze, die einen Nomenkopf erweitern. Das Boot, jetzt kommt die Erweiterung, das gestern noch kaputt war. Hier wird der Kopf-Boot durch den Relativsatz erweitert. Und dann kommen auch noch Konjunktional-Satzattribute vor. Die Gewissheit, dass er morgen kommt. Der Kopf-Gewissheit wurde mit einem Satz, der durch eine Konjunktion, in diesem Fall ist es das, eingeleitet wurde, näher bestimmt. Zusammengefasst. Nominalfrasen sind Konstituenten mit einem Substantiv als Kopf. Sie werden häufig erweitert durch Adjektive, Genitiv- oder Präpositionalattribute. Manchmal sogar durch ganze Sätze. Dann würde ich sagen, viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Video. Und dann würde ich sagen, viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Video.